Also wenn du, wenn du dich tatsächlich bewerben willst, du musst nur ein bisschen was über dich selbst erzählen und dann die 30 Fragen beantworten können. Okay, mach ich easy. Ja, auf jeden. Du kennst zwar nicht... Wie lange dein Penis ist? Warum eigentlich nicht? Alle Bewerber unter 25 Zentimeter aussortiert. Benni kam nicht rein. Kam mit Akonzi rein. Ja, nee. Deswegen ist er auch Führungsmitglied. Oh, ich hab ein legendäres Alpha-Pack. Nein. Doch, ich hab ein legendäres. Oh mein Gott. Alter, für SR4C, spartanische Macht. Oh mein Gott, ist der geil. Check-click-click. Warte, ich brauch mein Handy, warte. Den? Ja. Ella oben bei mir, Alter. Oh mein Gott, ich hab sie. Ich hab zwei geholt, was? Ich hab grad zwei geholt, durch die Wand, ne? Wo? Über uns. Wo ist der denn da? Ey, war das ne Ace? Jo, war's. Du wurdest grad aus dem Thronenloch. Ja, aus dem Thronenloch. Hallo! Ich hab ihn durchs Thronenloch. Ja, ohne Witz. Letztens hat jetzt richtig viel so Dingens angerufen. Strom. Scheiße. Blitz steht hier hinten am Fenster. Ich bin halt leider eingekesselt, ne? Ja, ich war bei mir schon komplett unten. Bin die Leitung schon runtergekommen. Ich hab Sledge gebumst. Hast du's gesehen? Nein. Ich hab grad noch ein Spielstack ab. Ah, schade. Ist das jetzt schon einfach so auf? Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Letzter Crawl, rin raus, Jungs. Crawl es raus. Das da ist ne Fake-Elevoi. Warte, ich smoke einmal hier. Ey, der flinkst hinter der Couch der Hand, ne? Let's miss talk. Flinkst hinter der Couch. Game over! Sicherung des Behälters, Ben. Ja, ja! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der hat mich sogar noch erschossen, ne? Wie ist die hochgebounced? Sitzen die unten oder unten? Unten. Jäger down, Jäger down. Mach's, pass mal auf. Ich wusste es, wenn man Walli hinterher geht, sind doch alle Camps da. Hier, 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 bei mir. Ich hab ihn. Castle down. Ah, der Smoke war da glaub ich auch noch. Ich bin down, da ist noch der Castle. Ne, der Smoke. Ne, das ist nur der... Smoke is down. Das ist ja auch noch ein Puls oder so. Ich hab' gar nichts vorliegen. Ich muss nachladen. Ja. Rückzug auch genannt bei den Franzosen. Ja. Ich hab' die Tür, soweit ich kann. Oh, hallo Puls. Ach, nein. Ja, ist nischt. Ja, hier, oder was? Ja. Nein. Sie machen jetzt die Akkord. Sie sind entdeckt. Du bist aufgeflogen. Toll. Sophia ist endured. Wo denn, wo denn? Direkt hinter dem Triki oder so. Ja, auf welchem Spot? Auf A, B? B, B, B. Ja, hier liegt direkt in der Bombe. Ja, ist weg. Ja, Kawaii-Raise, why not? Keine Drohne mehr, oder? Nein. Das ist nicht. Das ist nischt. Cluster Kick. Äh, blech, was? Bei, bei mir, bei mir bist du einfach durch die Wand reingesprungen und dann bist du irgendwie, keine Ahnung. Was war das? Mama mia! Lele. Einfach. Das war einfach so, hallo? Nein, lau' mir raus. Ja, ich glaub, die Runde verlieren wir. Okay, ich bin jetzt mal gut. Okidoki. Lol. Was geht bei dem? Shadow. What? Hat das wer gesehen? Ne, ne? Ah, das war kacke. Leck mich doch. Von wo kommt die denn noch alles? Von wo kommt die denn? Ich bin beinahe, stört mich. Bei dir. Werfe eine Granate. Lol. Oh, das war nicer. Ach komm. Ist von gar nix. Die hab ich nicht geguckt, aber ich hab das halt mal, äh, ich hab davon halt ne Verarsche gefunden mal. Da sind noch Fußspuren. Warte, warte, warte. Auf einmal taucht die Kawaira vor mir auf, gerade wo ich sie gescannt hab. Guck mal, guck mal. So. Fußspuren. Analysieren. Ah! Oh, fuck. Na gut, warte, warte, warte. Also, Recruf war auf Spot und du kannst entweder durch die Tür dort oder wir haben ne Rotation nicht geschafft. Das ist jetzt Mist. Oh, ich hab die Drohnen hier. Also, ich kann dir sagen, wenn einer kommt, kannst du das mal nachladen. Oh, okay. Uff. Oh, vor zweit nach. Uff. Ahahahahaha. Ne. Guck's dir an. Das war so ein Nachladen. Oh, scheiße. Ah. Oh mein Gott. Oh, ich hab die Drohnen hier. Ich hab die Drohnen hier. Ah. Oh, ich hab die Drohnen hier. Ich hab die Drohnen hier. Oh. Bis zum nächsten Mal.